Du bist der Köln in dir, verflächter auf Wurst und du drehst zu... Neues Material von einem der tiefsinnigsten und vielseitigsten MCs des deutschen Sprachraums. Curse ist zurück und live im Linzer Posthof am 18. Jänner. Mit einer nach allen Seiten offenen Soundkammer Deluxe. Brettern, Kalibern, eindrucksvoll an die Spitze der Metalcore-Szene. Einzige Österreich-Show ist am 24. Jänner im Posthof in Linz. Und trotz regelmäßiger Ablieferung neuer Alben, immer noch steigern kann sich auch der mit Preisen und Auszeichnungen hoch dekorierte Wiener Vorzeigerapper Nassar am 7. Februar live im Posthof nicht verpassen.